Klitschnasses Vergnügen, lustvolles Laufen lassen im Bett. In dieser Nacht soll es wieder einmal soweit sein. Charlene wird mit voller Lust ins Bett machen und das Laken regelrecht fluten. Eine ganz spezielle Leidenschaft, die sie vor wenigen Jahren für sich entdeckt hat. Ihre Vorfreude ist riesig und die Erregung kribbelt süß. Das wundervoll erotische Bettwedding-Abenteuer kann beginnen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr